Hallo, wir wollen euch heute unser Projekt für starke Schulpartner vorstellen. Das ist der Wuppersching, ich bin der Herr Hahn. Und ihr kennt vielleicht Flip Classroom. In Flip Classroom geht es darum, zu Hause auf YouTube-Videos was anzusehen. Und in der Schule bleibt dem Lehrer dafür nur mehr Zeit, sich individuell um Schüler zu kümmern, wo das Ganze nur mehr geübt wird. Diese Videos sollen bei uns von Schülern erstellen werden. Der Amel macht gerade das Video. Der Wuppersching wird uns dann gleich erzählen, wie man Dezimalzahlen richtig addiert. Und somit werden unsere Schüler statt zu reinen Konsumenten von YouTube-Videos, werden sie zu Produzenten. Sie wachsen an dieser Aufgabe, es stärkt ihr Selbstvertrauen. Und alle anderen Schüler, wir können es bewerten, ob das Video gut war oder nicht. So, und jetzt übergebe ich schon an den Wuppersching. Bitte. Das sind die Dezimalzahlen, die wir zum Rechnen brauchen. Als erstes brauchen wir die größere Zahl, damit wir die Rechnung nicht falsch machen. Dann brauchen wir die kleinere. Es gibt auch an diesen Zahlen Stellenwerte. Zehner, Einer. Das sind Zehntel, das sind Wuppersching. Dann machen wir einen Strich zu mandieren. 4 plus 0 ist 4 mal 4. 3 plus 2 ist 5. Dann macht man ein Komma, damit man die Rechnung nicht falsch macht. Dann 2 plus 3 ist 5. Und 0 plus 1 ist 1. Ja, und das wäre schon das fertige Ergebnis unserer Serienvideos. Jetzt geht es auf den YouTube-Kanal. Und dann haben wir schon Schüler, die sich das Video ansehen und schon zu Hause üben können, ob sie das verstanden haben. Also404-Kanal. Also